So von Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Evolent 2, wir haben gerade den Großmargus besiegt in seinem Takt, in diesem taktischen Elementen-Modus und jetzt können wir endlich wieder angreifen, hier so, hier, hier, achso, geht schon weiter Der Markus ist da langgegangen, schnell, schnappen wir ihn Ja, Fiena läuft ganz schnell vor und die anderen, ja, wo genau sind wir? Wir sind dem Markus den ganzen Weg bisher gefolgt Soweit ich weiß, ist dieser Ort uralt und tief unter Schloss Dämonia begraben Wozu dient dieser Ort, Menos? Ich, ich weiß es nicht Ich habe ihn noch nie zuvor zu Gesicht bekommen Ich wusste noch nicht einmal von seiner Existenz Klasse, noch ein geheimnisvoller Ort, den es zu erkunden gilt Kein einziger der Bewohner hat überlebt Ich werde bleiben, falls der Markus zu entkommen versucht Alles klar So, wir sehen schon die Kiste über uns Die Zeit, also der Magi, das ist dieser, dieser Die Energieversorgung Menos Das kann doch nicht wahr sein Was suchen all diese Dämonen hier? Und da ist einer ausgewöchst, zwei sogar Das sieht fast nach antiker Maschinerie der Magi aus Moment, wäre es möglich, dass die Magi Dämonen geschaffen haben? Was für eine faszinierende Entdeckung Ich hätte nie gewagt, die Theorie zu äußern Nein, das ist unmöglich Dämonen von Menschenhand geschaffen Ganz im Gegenteil, Menos Es ist möglich Wenn meine Theorie stimmt, schließt sich hier der Kreis Die Menschen haben im Zeitalter der Magi Dämonen geschaffen Nur, um sie im Großen Krieg wieder zu vernichten Was für eine Verschwendung Dexterminator, Fina Bitte sagt mir, dass sie sich irrt Das bedeutet Auch ich Bin nichts Als eine Kreatur Geschaffen von Menschenhand Gar kaum ein Lebewesen Nein, das ist nicht wahr Menos, ihr seid nicht bloß irgendeine Kreatur Ihr seid Menos, Sohn vom König Arthus Oberbefehlshaber der Armee von Dämonen Erbe des Todes von Dämonien selbst Und ihr seid außerdem Unser Freund Dennoch Mein Volk wurde durch das Kaiserreich ausgelöscht Mein Sohn wurde von seinem Durst nach Rache verzehrt Und jetzt das Vielleicht haben die Magier die Dämonen geschaffen Na und? Das ändert nichts daran, wer ihr seid Warum müsst ihr immer in die Vergangenheit blicken? Ihr könnt euch nicht von der Vergangenheit in Ketten legen lassen Wie tragisch sie auch sein mag Warum mit etwas hart an, was ihr nicht mehr ändern könnt? Alles, was zählt, ist dieser Moment Und das, was wir im nächsten tun werden Das Wichtigste ist, dass ihr nicht allein seid Kuro, Fina Ich bin auch da Wir sind alle auf eurer Seite Ich verstehe eure Worte, Velvet In der Tat würde ich Würde ich die Vergangenheit nur allzu gerne ruhen lassen Und mich der Zukunft zu wenden Genau wie mein Vater es mich lehrte Und doch Ich habe doch Hoffnung Ihr sagtet, dass wir nicht die Macht haben, die Vergangenheit zu ändern Auch ich glaubte das Doch unsere Reisen haben uns das Gegenteil bewiesen Wie also kann ich mich damit zufrieden geben, nicht zu handeln? Wie kann ich die Realität in ihrer gegenwärtigen Form akzeptieren? Das Problem ist, wir wissen noch immer nicht, ob wir nach freiem Willen handeln Was, wenn die Änderung, die wir am Zellcontinuum bewirkt, selbst vorherbestimmt war? Ich glaube nicht an Schicksal oder Vorsehung Unser Vermögen durch die Zeit zu reisen Ich wusste bislang nicht, was ich davon halten soll Doch jetzt verstehe ich es Es hat unser Möglichstes die Realität zu reparieren Unsere Welt zum Besseren zu ändern Und wer entscheidet, was besser für die Welt ist? Hm? Ihr? Ich? Wir vier? Wir? Wer sind wir, uns anzumaßen, diese Entscheidung für jene zu treffen, den Leben wir dadurch umwälzen? Und wie viele Leben werden für jedes gerettete Leben ausgelöscht? Wie wollen wir die Nebenwirkungen auf Jahrtausende der Geschichte kontrollieren? Ich glaube nicht, dass Zeitreisen ein Freiburg dafür sind, die Geschichte zu ändern Die Vergangenheit ist, wie sie ist Wir können nicht Gott spielen Euer Argument ergibt wenig Sinn Wenn wir diese Macht schon besitzen, warum sollten wir sie dann nicht nutzen? Ich ertrage es nicht, wenn sie streiten Können sie nicht einfach ihre Differenzen akzeptieren? Was ist mit euch, Kuro? Glaubt ihr, wir sollten die Geschichte so mir nichts, die nichts ändern? Da fragt sie aber was, ähm Ja oder nein? Ich dachte das Klar, die Versuchung ist groß, aber Velvet hat schon recht Wir sollten uns der Folgen bewusst sein Ja, dann halt nicht Okay, jetzt hat es irgendwo eine Kiste Geht's ja noch links lang Okay, hier geht's noch eine Seite lang Oh Mann, oh Mann Okay Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt Gebt auf, Markus, ihr seid erledigt Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt Ich dachte nur, Oberst Darkin könnte meine Pläne vereiteln Ihr habt mein Volk abgeschlachtet Ich sehe schon, sie stehen so Ich kenne, ich kenne viele Apps, die so, äh Die so funktionieren Mit dem rechts, links, oben, unten drücken Um bestimmte, ähm, Dinge kaputt zu machen Oder wie auch immer Das werde ich euch nie verzeihen Euer Volk Oh, ihr meint diese Monster, die wir Dämonen nennen Seid euch gewiss Wenn ich euch endlich ausgemerzt habe Welche diese uralten Maschinen der Magi wieder in Gang setzen Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen Eine Armee, die meine Befehlen gehorcht Damit kommt ihr nicht davon Das werden wir ja sehen Musikspielmodus Solange euch niemand zum Singen erfordert Ah ja Mega nice Ich muss mich mega konzentrieren Gott, oh Gott, oh Gott Oh mein Gott Ist das schwierig Also anfangs ging es noch Ganz okay Aber jetzt, haulich, ist das kompliziert Musikspielmodus 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 Oh mein Gott. Alter. Ne, das ist sowas von bad. Oh mein Gott, ey, ich hab's mir gedacht, dass... Ey, what the fuck, du kriegst es nicht hin, weil die Pfeile total beschissen angeordnet sind. Links, runter, hoch, rechts, was soll das denn, Alter? Könnt ihr nicht links, rechts, hoch, runter machen? Nein, natürlich nicht, ey. Den ganzen Scheiß-Dialog nochmal, oder was? Ich weiß auch nicht, wie ich mich hinsetzen soll, wie ich das machen soll, ey. Ich gucke jetzt nicht auf die Kugel und dann unten auf die Pfeile. Ist das scheiß schwer, ähm. Wenn ihr es mir nicht glaubt, spielt selber. Ich gucke jetzt auf die Pfeile. Ich gucke jetzt einfach alle. Unmöglich so, du kriegst es aber nicht hin und scheiß. Glaubst du mir, ihr kriegt es nicht hin. Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht zu schaffen. Also du wolltest, Guitar Heroes ist auch ewig, brauchst du ewig, um das zu erlernen. Auch wenn ich sowas gerne mache, aber das ist abartig schwierig. Aber wenn ich mehrere hintereinander habe, dann muss ich auf jeden Fall die gleiche Taste drücken, die hier zum Beispiel. Aber, what the fuck, ey. Und es geht natürlich noch weiter. Es geht, keine Ahnung, 5, 6 Minuten wahrscheinlich lang. Ich das hasse wirklich. Okay, dann kann ich mich noch erinnern. Ist das abartig. Du kleiner Pisser, jetzt erzähl dich, du groß Magus. Meine Armee, meine Dämonen. Danke. Stirb. Stirb, danke. Gott, dieser Guitar Heroes. Ich mag, wenn ich Guitar Hero könnte, würde ich es mögen. Ich habe mein Volk gerecht, doch retten konnte ich es nicht. Minus. Lasst gut sein. Ich habe über eure Worte nachgedacht werbet. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe, meine lieben Freunde. War alles in Ordnung bei ihm? Oder musste er die Tränen unterdrücken? Minus tut mir so leid, Kuro. Er hat das alles wirklich nicht verdient. Dann wiederum, wer hätte das schon? Gott, der Große Magus ist tot. Schluss ist Magus unter sein Aerobe verworben. Was öffnet er? Diese Kiste wahrscheinlich. Fragmente der Erde. Das ist ja nicht mehr der Endgegner gewesen. Jetzt haben wir erstmal den Fragmentschlüssel. Boah, Alter, aber das war heftig. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Ich hasse sowas wirklich. Ich habe sowas nie gerne gemocht. Weil einfach irgendwann der Schwierigkeit gerade so krass angezogen wird. Puh. Ich hätte es trotzdem vor allem anfangen lassen können. Das ist ja rumzulatsch, das ist ja Käse. Okay, wo ist Stalken? Und jetzt erfüllen wir alle Fragmente, der? Der, ähm, alle Fragmente ist Magikschüssel. Okay, verlässt ihr uns? Das ist es also. Hier trennen sich unsere Wege. Oh, vielen Dank für all eure Hilfe, Dorken. Und ohne euch hätten wir den Magus die geschlagen. Fräulein Fien hat vollkommen recht. Verzeiht mir, dass ich an euch gezweifelt habe. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Oberst. Danke. Vergesst aber nicht den wahren Helden, Kuro. Ohne sein taktisches Genie hätten wir den Magus und seine Truppen nie geschlagen. Ich könnte schwören, dass er rot wird. Ich werde jetzt meinen Bericht für den Kaiser schreiben. Hoffentlich werde ich dafür nicht hingerichtet. Hingerichtet? Ihr habt doch nur Befehle befolgt. Haltet ihr mich für so naiv? Irgendwann müsst ihr mir erzählen, wie ihr an diese Kaiserminische Medaille gelangt seid. Wie? Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich war mit den Risiken vertraut und ich bin froh, euch geholfen zu haben. Lebt wohl, Freunde. Ach, jetzt auf einmal war er sich vertraut. Er wusste die ganze Zeit über Bescheid und trotzdem, er ist ein echter Held. Hoffentlich geht alles gut für ihn aus. Einmal mehr haben wir die Geschichte verändert. Dieses Mal zum Besseren, hoffe ich zumindest. Sonst müssen wir zurück zu Ceres. Ich habe das Gefühl, Ceres ist irgendwie der Endgegner, aber... Wir machen uns erstmal auf den Weg zurück. Okay, über Wasser kommen wir auch nicht, oder was? Hä? What the fuck? Ernsthaft? Was denn hier? Nichts. Okay. Darken! Ah, da haben wir ihn. Ah ja, wieder einer der guten hier. 8, 7, 8 und Erstschlag, nice. Ja, die ganzen komischen Blumenfelder, darum seht ihr die Blume, die waren Spezialfelder. Da konnte man rein. So, meine Fresse, ey, bin ich endlich fertig. Bin ich jetzt in der mittleren oder in der kleinen? Okay, in der kleinen. Da muss ich ganz kurz nochmal was verändern. Ah, die Ruin der Magie sind, glaube ich, kürzer. Denn ich möchte Werwitz Fähigkeit haben. Die, äh, nicht Werwitz. Finas. Glückwunsch. Ihr habt das Fragment der Erde. Vielleicht wird dieses überraschende Bündnis zwischen Menschen und Dämonen die Geschichte verändern. Es gilt, so viele Schmerzen auszulöschen. Was bin ich selbst? Ein Ding, das eine Menschen und Ei... Ihr habt die fünf Fragmente, das... Okay. Kommt zu mir zurück, wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Ja, aber gleich. Erstmal gehen wir uns ganz kurz zu Werwitz... Nicht Werwitz, Finas neue Fähigkeit holen. Hoffentlich reicht das, Mahne, jetzt. Ich meine, ich habe ja mittlerweile vier. Eigentlich sollte sie nur drei haben wollen. Hi. Gut, ich werde den Bund mit euch eingehen und den Weg des Windes offenbaren. Je, ihr habt jetzt Zugriff auf die Beschwörung Pasu. Konzentriert euch bis zur Drittstufe, um sie zu wirken. Drei oder vier. Drei Mana, okay. Dann schauen wir mal. So, Pasu. Macht sich eine ganze Menge Schaden. Schön, aber auf jeden Fall kann man sich erstmal wirken. Minus, seine Fähigkeit fehlt noch. Lustigerweise, aber ich weiß nicht, wo ich das Mana jetzt der Fähigkeit kriegen sollte. Tja. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge da. Von eben und in zwei vielen Danks Zuschauen. Beim nächsten Mal setzen wir den Magik-Schlüssel zusammen. Und gehen zu Ceres. Und tja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao. 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 Ciao.